Batsche und herzlich willkommen zu einem Trainingslog diesmal und zwar zeige ich euch bisher was von unserem Training was bei uns so abläuft wie es abläuft und ja lange Rede kurzer Sinn wünsche euch viel Spaß bei dem Video Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So Leute, er ist der Wirt, er ist Maid, richtiger Maid. Ihr wisst ja, dass ich auch Twitch mache und dieser Junge ist kompletter Wirt, Alleingänger, so macht was er will, er ist voll der Maid, der kommt und hilft und baut dich auf und hilft dir bei vielen Sachen. Diese Stille hat schon alles gesagt. Bis zum nächsten Mal. 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 Heute warst du beim Kicken, aber nicht mehr scheiß ich. Du weißt, was aufs Zug kommt, ne? Ja. Was? Keine Ahnung. Sie sagt einfach, er trifft mich niemals so doppelt auf's Kopf und so. Hab ich dich niemals getroffen? Sie sagt, ich kann es locker abblocken und so. Hab ich dich niemals getroffen? Sie sagt, keine Chance und so. Sie sagt, keine Chance und so. Ich kann nicht sagen, dass er mich nicht getroffen hat, aber sehr, sehr, sehr. Vorher hat sie... Oh my god! Ich sag mal so. Sie sagt so einfach, du bist schlecht. Sie sagt einfach, du bist schlecht. Er hat sie durch Streitern. Ja, er ist nicht der Schuldige. Ja, ich sag mal so. Es war auf dem Moment der r⁉baren Sport, der er gewählt. Er hat die Chance und so. Er hat jeder mich hörst. ierkorwo Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020